Ja, sie sind ein Segen, diese kleinen Helfer auf dem Smartphone. Apps warnen vor Unwettern. Sie sagen, wann Züge fahren und die Tagesschau-App verrät, was auf der Welt geschieht. Toll. Aber es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch fragwürdige Kräfte die Möglichkeiten der App-Technologie für sich entdecken. So wie zum Beispiel die türkische Polizei. Die bietet mit einer App unter anderem Denunzianten eine Plattform, um Kritiker des türkischen Präsidenten hinter Gitter zu bringen. App ins Gefängnis, könnte man sagen. Zwei Tage vor dem Besuch des türkischen Präsidenten in Deutschland. Brisante Recherchen von Claudia Kafanke und Feliz Kükrikol. Wir treffen den kurdischen Flüchtling Murat Ü bei seinem Anwalt. Der junge Mann hat Angst, wieder zurück in die Türkei zu müssen. Er hatte auf Facebook Staatspräsident Erdogan beleidigt. Das blieb nicht unbemerkt. Ich habe Kommentare geschrieben zu Erdogan, er sei ein Diktator und so. Eines Tages erhielt ich eine Nachricht per Facebook, in der stand, ich habe dich angezeigt und das nächste Mal, wenn du in die Türkei kommst, gibt es für dich keine Rettung. Als Beweis schickte der unbekannte Denunziant Murat ein Foto der Anzeige. Die hatte er mit seinem Smartphone über eine App verschickt, direkt an die türkische Polizei. Diese App wurde entwickelt, um Anzeigen zu erleichtern. Jetzt kann man vermeintliche Vaterlandsverräter ganz einfach melden. Von unterwegs, aus jedem Land der Welt. Mit der App, die sich jeder kostenlos auf sein Smartphone laden kann. Ein Klick und die Daten über den Regierungskritiker landen direkt in der Türkei. Der Journalist Kamil Thailan hat sich mit der App eingehend befasst. Er zeigt uns, wie das System funktioniert. Da haben Sie eine Maske, also einen Punkt unter der Maske, da können Sie alles geben. Also Name, E-Mail-Adresse, der Grund, warum Sie schreiben, das Thema Ihrer Denunziation und die genaue Adresse, wenn man weiß, von dem Delinquenten. Die Fotos und die Dokumente kann man auch schicken und das übernimmt dann die türkische Cyberpolizei. Die Angezeigten selbst erfahren von der Denunziation nichts. Erst wenn das Verfahren eröffnet wird, also erst wenn man über die türkische Grenze marschiert ist, dann erfährt man, dass man ein Verfahren hat. Wenn es zu spät ist. Da ist es meistens zu spät, ja. Die App richtet sich an die treuen Regierungsanhänger. Sie sollen bei der Jagd nach Terroristen helfen. Das ist erwünscht, auch von ganz oben. Wo auch immer unser Volk ist, wenn einer mitbekommt oder davon erfährt, dass sich jemand falsch benimmt oder ähnliches, soll er unsere Sicherheitskräfte benachrichtigen. Das hilft uns sehr, das erleichtert uns die Arbeit. Das sollten Sie nicht als Spionage verstehen. So sollten Sie nicht darüber denken. Das ist eine der wichtigsten Säulen, auf denen unser Geheimdienst steht. Es ist sogar die wichtigste überhaupt. Unsere Informanten aus der Bevölkerung. Und solche Informanten gibt es etliche, wie die teils türkischen Kommentare im App-Store zeigen. Super, dann können wir jetzt alle Vaterlandsverräter anzeigen. Volle Unterstützung von den in Deutschland lebenden Türken. Wir werden hoffentlich alle hier lebenden Vaterlandsverräter Stück für Stück anzeigen. Kein Türkei-Erlaub mehr für Türkei-Feinde. Ich habe knapp 300 Namen und Adressen von Leuten angegeben, die die PKK finanziell unterstützen. Alle in NRW. Wir können mit einem der Initiatoren der Smartphone-App sprechen. Serdal Altuntas ist Anwalt des türkischen Generalkonsuls in München. Er ist von dem Erfordernis einer globalen Möglichkeit zur Strafanzeige überzeugt. Es kann nicht sein, dass hier in Deutschland jemand für die PKK, das ist die Terrororganisation, Propaganda macht. Und die Türkei kriegt davon gar nichts mit. Ja, das war eigentlich meine Intention, die wir schon innerhalb der letzten immer wieder angestoßen haben. Und das wurde halt jetzt im Rahmen einer Gesetzgebung so umgebaut, dass man jetzt in der Türkei auch von überall aus der Welt aus einfach eine Strafanzeige machen kann. Wie schätzt der Geheimdienstexperte Erich Schmidt-Ehenbohm diese Hobbyspitzelei ein? Diese App der türkischen Polizei ist nichts anderes als eine digitale Gestapo-Methode, mit der fanatische, nationalbewusste Türken aufgestachelt werden sollen, jeden erdenklich möglichen Gegner Erdogans ans Messer zu liefern, seinem Repressionssystem auszusetzen. Doch was genau wird in der Türkei als Straftat gewertet und ist damit eine Anzeige mit der App würdig? Ist ein kritischer Post in den sozialen Medien eine Straftat? Das türkische Antiterrorgesetz besagt. Wer dazu beiträgt, die Aktivitäten einer Terrororganisation zu legitimieren oder solche Aktivitäten gutheißt, wird zwischen einem und fünf Jahren Haft verurteilt. Wer das oben genannte über die Presse und andere Medien betreibt, bekommt nochmals die Hälfte der Strafe dazu. Erdogan versucht, jedem seiner politischen Gegner das Etikett Terrorist aufzudrücken. Das mag für die PKK, die als terroristische Vereinigung bei uns verboten ist, gelten. Es gilt auf keinen Fall für die Gülen-Anhänger, Aleviten, demokratische Oppositionelle gegen Erdogan. Aber indem Erdogan mit diesem Terrorismusbegriff arbeitet, löst er ein Klima der Angst und des Schreckens unter den ihm kritisch gegenüberstehenden Türken in der Bundesrepublik aus. Mehr als 20.000 Verfahren wurden allein in diesem Jahr schon in der Türkei in die Wege geleitet, wegen diffamierender Posts bei Facebook, Twitter und Co. Bei der Auffindung dieser Posts sind die türkischen Ermittlungsbehörden auf ihre Bürger angewiesen. Wie viele Türken in Deutschland die App bereits genutzt haben, ist nicht bekannt. Die App-Stores wollen uns über die Download-Zahlen keine Auskunft geben. Auch das türkische Innenministerium beantwortet unsere Anfrage nicht. Kein Erdogan-Kritiker kann sich sicher sein, egal wo er lebt. Das betont auch der türkische Regierungssprecher Bekir Bozda im April nochmal. Bis heute hat der türkische Geheimdienst aus 18 Ländern auf der Welt 80 Gülen-Terroristen eingesagt. Gegen den eigenen Willen in die Türkei gebracht werden, das droht auch ihrem Mann gerade. Er bekam 2002 politisches Asyl in Deutschland, lebte seither in Bonn. 2005 verurteilte ihn die Türkei in Abwesenheit wegen Unterstützung der terroristischen Vereinigung PKK. Vor drei Wochen war das Paar auf dem Weg in den Urlaub nach Bulgarien. Doch der Ausflug endete am Flughafen. Die Türkei suchte den Mann per Interpol. Er steht unter Hausarrest, darf das Hotel nicht verlassen. Er hat Angst, dass jederzeit eine neue Nachricht kommen kann und er jederzeit auch abgeschoben werden kann. Es ist für ihn sehr belastend, mit dieser Ungewissheit zu leben. Die Türkei will die Auslieferung ihres Mannes. Wir können mit ihm im Hausarrest in Bulgarien telefonieren. Ich gehe davon aus, während meiner Studentenzeit wurde ich aufgrund meiner politischen Meinung und kurdischen Zukunft verfolgt. Ich habe mich für meine Muttersprache eingesetzt und vertrat die Meinung, dass es die kurdische Forstgruppe gibt. Und das hat nichts mit PKK-Berlandes zu tun. Obwohl ich in einem demokratischen Land lebe, möchte ich mein Gesicht nicht zeigen. Ich habe Angst, in Deutschland angefeindet zu werden, auf offener Straße auch angesprochen zu werden. Dass man als Landesverräter dann auch angeschrien wird, das ist meine größte Sorge. Deutschland ist für türkischstämmige Menschen längst kein sicheres Land mehr. Durch Hobbyspitzel und Privatdenunziationen hat es die türkische Regierung geschafft, auch hier ein Klima der Angst zu schaffen. Ja, wie gesagt, übermorgen kommt der türkische Präsident Erdogan nach Deutschland. Gut Wetter will er machen, das deutsch-türkische Verhältnis verbessern. Und natürlich muss auch Deutschland an guten Kontakten mit der Türkei interessiert sein. Nicht zuletzt wegen der circa drei Millionen türkeistämmiger Mitbürger. Doch jeden Regierungskritiker als Terrorist verfolgen zu wollen, schon diese Absicht des Erdogan-Regimes, macht es schwer, an eine Klimaverbesserung zu glauben.